Herzlich Willkommen an der Klinik für Anästhesiologie. Wir freuen uns auf Sie. Wir bieten dir ein strukturiertes PJ-Tertial in einem jungen, hochmotivierten Team. In den ersten zwei Monaten erlernst du von festen Tutoren die grundlegenden Fertigkeiten der Anästhesie im Zentral-OP und in den Außenbereichen kennen. Dafür steht dir als PJler das gesamte Spektrum der modernen Anästhesiologie offen. Im Anästhesie-Tertial hat mir besonders gefallen, dass es eine 1 zu 1 Betreuung gibt. Die Tutoren kennen einen und können einen dementsprechend unterstützen. Du erhältst neben der Allgemeinanästhesie unter anderem Einblicke in Regionalverfahren, Airway Management, Ultraschall, Point-of-Care-Diagnostik und den Schockraum. Auf Wunsch besteht auch die Möglichkeit, in Bereitschaftsdiensten mitzuwirken. Selbstverständlich mit Freizeitausgleich. Beeindruckt hat mich, dass ich in einem meiner Dienste bei einer Herztransplantation dabei sein durfte. Im dritten Monat wirst du Teil des Behandlungsteams auf unserer Intensivstation. Hier werden kritisch kranke Patienten mit Polytrauma, Sepsis, Organversagen und nach neuro- oder kardiochirurgischen Operationen mit modernsten Therapieverfahren behandelt. Im letzten Monat des Tertials kannst du ad libitum deine ganz persönlichen Schwerpunkte setzen. Neben der Tätigkeit in der Kardio- oder Neuroanästhesie hast du hier beispielsweise die Möglichkeit, mit erfahrenen Notärztinnen und Notärzten die präklinische Notfallmedizin kennenzulernen. Bei einer Rotation in die Schmerzambulanz oder Palliativmedizin erfährst du die Behandlung von Patienten in schwierigen Situationen. Du entscheidest, wo du deine Schwerpunkte setzen möchtest. Für mein späteres Berufsleben nehme ich auf jeden Fall die praktischen Fähigkeiten mit, das Intubieren und Zugänge legen. Zusätzlich hast du in wöchentlichem Unterricht durch unsere Oberärztinnen und Oberärzte nach einem festen Curriculum die Möglichkeit, die theoretischen und praktischen Grundlagen der Anästhesie zu festigen und alle deine Fragen zu besprechen. Das Tertial hat meine Erwartungen mehr als erfüllt. Das alles bieten wir dir für dein PJ in der Klinik für Anästhesiologie der Universitätsmedizin Göttingen. Bist du bereit?